Neulich in Aventurien, ein DSA Fan Podcast. Folge 26 Geheimnisse am Tisch Ja, huhu hier wieder beim Koali und zu einer neuen spannenden Folge neulich in Aventurien. Wir sind heute wieder versammelt, nämlich die Julikats. Ja, hallo. Und der Atta. Hola. Und natürlich ich, der Koali. Okay, und wir haben alle fürchterlich Geheimnisse voreinander. Zum Beispiel das Geheimnis, wer dieses Thema vorgeschlagen hat. Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr wirklich. Das verraten wir nicht, das bleibt mir. Wir wollen heute ein bisschen quatschen über Geheimnisse am Spieltisch. Geheimnisse in Aventurien vielleicht auch ein bisschen. Mal gucken, in der Spielgruppe vor allen Dingen. Und wie wir das so handhaben in unseren Runden, was es für Optionen gibt, wo die Vor- und Nachteile liegen, wenn man Geheimnisse am Spieltisch hat. Vielleicht habt ihr am Spieltisch ja auch schon einen Charakter gespielt oder einen NPC gehabt, der Geheimnisse hatte. Und wie geht man denn damit um? Das soll heute unser Thema sein. Atta, vielleicht machst du mal zum Start vielleicht mal so ein Beispiel oder so? Sollen wir damit starten? Ja, also ich glaube, es ist der Klassiker im BSA-Universum für OT-Geheimnisse, also für Geheimnisse, die man auch OT-Geheim hält, wäre sowas wie ich spiele einen Charakter. Und ich sage auch der Gruppe nicht, dass das ein Facts-Gewalter ist, sondern sage der Gruppe auch, dass quasi, erzähle ich ihm nur den Deckberuf. Also zum Beispiel, das ist ein Händler. Das wäre der Klassiker. Oder auch bei einer Hexe, dass man das auch vor seinen Mitspielern eben geheim hält beim Spielen, um eben irgendwann diesen Moment zu haben, es aufdecken zu können. Es gibt auch andere Sachen. Da können zum Beispiel versteckte Motivationen sein, wenn der Charakter zum Beispiel für irgendeine Organisation noch arbeitet. Das ist dann mit der Spielleitung besprochen, aber mit dem Mitspielenden nicht. Oder es gibt halt irgendwas im Hintergrund, was noch ganz großes Einfluss auf das Spiel haben wird, aber was dem Mitspielenden gar nicht bewusst ist, sondern nur dem Spieler oder der Spielerin selbst. Ich glaube, das sind so die Klassiker für Geheimnisse, die man, also OT-Geheimnisse, also Geheimnisse, die man auch OT-Geheim hält, die IT natürlich geheim sind. In ET gibt es viel mehr Geheimnisse, weil da kommt ja ganz oft an die Frage zwischen Wissen von Spielenden und Wissen von Charakteren. Das ist eine ganz wichtige Trennung, die man vollziehen muss, um ein gutes Spiel miteinander zu haben. Dann ist ja jetzt im Online-Rollenspiel auch wesentlich einfacher geworden, ein OT-Geheimnis zu hüten. Früher, so in der Tischrunde, hatte man ja zumindest immer Probleme, wenn man so nah beieinander am Tisch sitzt, dass die Leute auf einen Charakterbogen mit drauf gucken können. Oder dann irgendwann blöde Fragen stellen, warum man einen Kamalbogen noch hat. Was der dann da soll. Ja, aber heutzutage kann man das ja relativ einfach machen, weil da eigentlich online keiner richtig Einsicht hat. Und der Einzige oder die Einzige am Spieltisch ist ja die SpielleiterInnen, die von dem Geheimnis weiß. Aber ich frage mich, ich habe das auch gemacht. Also ich habe auch Hexen und Fextgeweihte und so gespielt mit diesem Geheimnis. Aber ich weiß gar nicht mehr genau, warum man sowas macht. Also ist tatsächlich, also ich bin da auch, das nehme ich vielleicht vorweg, weil das glaube ich auch schon durchscheinen wird. Ich bin da kein großer Fan von. Aber ich weiß, dass es regelmäßig bei Runden in der Vorbereitung, so in der Absprache vorher schon mal Thema wird. Ich hatte es gerade ganz aktuell bei einer Runde, die ich mal nicht gestreamt spiele, wo es genau um die Frage ging, dass ein Spieler überlegt hat, hey, will ich das der Gruppe mitteilen oder will ich das nicht mitteilen? Ich wusste es natürlich, weil ich das Spielleiter natürlich eingeweiht sein muss. Aber für, also gibt man das den anderen auch weiter? Ich glaube, so ein ganz großer Punkt ist halt, dass man, wenn man es auch OT geheim hält, sicher gehen kann, dass dann niemand quasi auch mit seinem Wissen als Person das Handeln des Charakters beeinflusst. Also diese Trennung, man kann die gar nicht übertreten, weil man weiß es ja auch selber nicht. Man spielt dann quasi alles authentisch, so wie der Charakter es auch wahrnehmen wird in dem Moment. Und das geht auch so ein bisschen in diese Immersionsrichtung, dass es halt einfach einfacher wird, sich da reinzudenken, wenn man nicht diesen Hintergedanken immer hat, sondern ganz klar hat, also ein ganz klares Bildfilmcharakter hat und das wird eben irgendwann aufgebrochen. Und ich glaube auch, dass viele diesen Enthüllungsmoment, diesen Moment, wenn man das aufdeckt, so dieses, haha, aber ich bin ein Fechsgeweihter oder die Gruppe halt eben damit rettet in dem Moment oder plötzlich diese Fähigkeiten zum guten Nutzen bringt, sich total spannend vorstellen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das immer so aufgeht, weil meistens muss man sich ja vorher schon überlegen, ob man die Fähigkeit irgendwo unterwegs unterbringen möchte. Und auch das geht online besser. Man kann online leichter mit der Spielleitung kommunizieren, mal über einen Chat oder so. Aber selbst das fällt dann ganz schnell auf, wenn zwei Leute energisch tippen und sehr konzentriert sind, während der Rest halt da sitzt und abwartet, dass es weitergeht. Ich glaube, das sind so die typischen Gründe dafür. Aber sicherlich noch andere Gründe, die mir einfach nicht einfallen. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei vielen Spielenden so intuitiv einen Reiz ausübt, ein Geheimnis auch vor seinen Mitspielenden zu haben, das man dann irgendwann aufdecken kann. Ja, also der Reiz ist definitiv öfter da. Habe ich auch bei dem einen oder anderen auch schon überlegt. Es kann auch sehr spannend am Anfang sein, wenn sich die Gruppe kennenlernt und so weiter und so fort. Später im fortgeschrittenen Spiel plötzlich Enthüllung zu machen, das kann auch definitiv eine gewisse Enttäuschung in der Gruppe ausmachen. Wenn man, also menschlich ist es ja immer eine Enttäuschung so, mit wem habe ich jetzt mal ein halbes Leben verbracht oder so? Das ist ja jemand anderes. Passiert halt, ja, ich glaube auch in game. Also wenn man das Geheimnis, glaube ich, so hat und das mit dem Meister entsprechend abspricht und so jeder Charakter dann auch auf seinen Moment kommt, sage ich mal Wow-Moment. Das kann beim Fechsgewalten und bei meiner Hexin ganz, ganz richtig toll sein. Wichtig wäre es aber halt auch, dass es nicht die Gruppe sozusagen in dem Moment enttäuscht, sondern dass es eben die Gruppe sogar positiver zusammenschweißt in dem Moment. Da kann es gut sein. Deshalb finde ich, gerade bei solchen Geheimnissen muss man sehr stark aufpassen. Und umgekehrt, manche Geheimnisse zu haben, kann auch ganz nett für den eigenen Kopf sein. Aber wenn sie überhaupt nicht zur Geltung oder zum Spielen kommen oder nie ans Tageslicht kommen, dann sind sie auch irrelevant und für die Gruppe nicht vorhanden. Das ist ja so ein bisschen auch wie generell bei Charakterhintergründen. Also wenn SpielerInnen dann Charakterhintergründe erstellen, noch und Löcher und die kommen dann einfach nicht vor, weil es nicht zum Abenteuer passt oder so. Dann weiß ich nicht, aber es ist auch immer so ein bisschen vergebliche Liebesmühe, zumindest für die Geschichte. Aber ich sage immer, alles, was den Leuten hilft, irgendwie sich besser mit ihrem Charakter zu befassen, das sollen sie ruhig machen. Und warum dann nicht auch ein Geheimnis haben? Weil im Prinzip sind ja auch Charakterhintergründe generell ja Geheimnisse, die alle Spieler voreinander eigentlich haben. Es sei denn, man erzählt sich das irgendwie frei. Also ich bin jetzt hier der Adelige, aber wenn das typische Tavernentreffen ist, muss es ja nicht unbedingt sein, dass man den Adeligen erkennt. Also vielleicht hat er gerade ausgeraubt worden oder keine Ahnung was. Aber wie du sagst, für die Geschichte, also ich finde auch Geheimnisse oder Hintergrundinformationen, die vielleicht nicht zum Tragen oder im Spiel oder in der Geschichte vorkommen. Es kommt ja auch darauf an, ist es eine längere Kampagne, ist das ein One-Shot oder nur zwei lose Abenteuer, finde ich nicht verkehrt aus zweierlei Hinsicht. Zum einen habe ich, wenn ich Spielleitung bin, habe ich Möglichkeiten, die ich vielleicht nicht unbedingt nutzen muss, aber die ich vielleicht nutzen kann an der Hand, um gewisse Momente bei Spielern nochmal intensiver zu gestalten oder sie irgendwie über etwas Bestimmtes einzubinden. Auf der anderen Seite, als Spieler, da habe ich das Gefühl, man ist doch etwas immersiver, mehr im Charakter, mehr mit dem Charakter verbunden, je mehr Geschichte und Hintergrund mit der Zeit entsteht. Das muss ja nicht gleich sechs Seiten von Anfang sein, das kann ja auch mit der Zeit entstehen. Aber gilt das auch für Geheimnisse? Ich glaube, das ist ein fließender Übergang zwischen Geheimnissen und Hintergrund. Ich persönlich würde das, glaube ich, so trennen, dass mein Hintergrund ist etwas, was ich nicht aktiv geheim halte, sondern was ich einfach nicht erzähle. Ich schicke nicht der ganzen Gruppe meine 23 Seiten, die ich ausgearbeitet habe, detaillierten Hintergrund. Das erhält die Spielleitung, die flucht dann auch darüber, weil sie 23 Seiten durchlesen muss. Aber also der Hintergrund, der ist quasi für mich eher so dieses Hintergrundrauschen, was den Charakter mit Leben füllt. Und ich zumindest baue den auch eigentlich konstant beim Spielen aus und erfinde Dinge dazu. Und da NSCs, die wichtig für meinen Charakter sein könnten, die geprägt haben, einen Mentor oder eben Elternteil oder sowas, die werden im Laufe des Spiels meistens ausgebaut. Und es stehen gar nicht von Beginn an in jedem Detail fest. Ein Geheimnis macht für mich aus, dass ich eben nicht möchte, dass es den anderen Spielen offengelegt wird, was vor allem sich daraus auswirkt, wie die Spielleitung damit umgehen kann und soll. Also mein Hintergrund, den kann die Spielleitung, wenn sie es für sinnvoll achte, wenn es sich anbietet, gerne beleuchten und irgendwie aufgreifen, dass da irgendwelche Personen auftauchen aus meinem vergangenen Leben. Das ist quasi auch ein Werkzeug, was ich gerne an die Hand gebe und wenn sie es nutzen möchte, ist das toll, weil es das Spiel für mich halt individueller macht und persönlicher und damit eine höhere emotionale Bindung aufbaut. Bei meinem Geheimnis geht es mir darum, dass auch die Spielleitung jetzt nicht, wenn ich eben den geheimen Factsgeweihten spiele, mir sagt, ja, dann wirf doch mal bitte eine Probe, du bist ja als Factsgeweihter, wirf mal eine Probe auf, keine Ahnung, Intuition, da könntest du was merken. Oder eben, also dass quasi das sehr aktiv angespielt wird, also dann wäre bei einem Geheimnis erwarte ich auch, dass die Spielleitung, wenn sie irgendwie mit interagieren möchte, das nur im Zwiegespräch mit mir tut und es nicht offen vor allen tut, weil dieses Geheimnis möchte ich aufdecken können. Also es soll auch geheim bleiben, von allen geheim gehalten werden, die bereits wissen, was gleichzeitig, finde ich, aber für den Spieltisch ganz oft sehr komische Situationen erzeugt. Weil das ist meine persönliche Erfahrung damit, ich hatte in einer Spielgruppe vor einigen Jahren eine, also ich weiß bis heute nicht, was das Geheimnis war, aber es war ziemlich offensichtlich, dass eine Spielerin und ein Spieler das Geheimnis beide kannte, die Spieler hatten natürlich auch und da wurde halt dann viel getuschelt und viel mit Zetteln ausgetauscht und dann saßen ich und meine Frau, beziehungsweise damals Freundin daneben und haben halt gewartet und das hat sich eigentlich sehr unbefriedigend für uns angefühlt, weil das halt sehr offen war, dass wir da ausgeschlossen wurden von diesem Wissen, weil das offensichtlich geheim bleiben soll. Und ich vermute, es war irgendwas in der Richtung, aber ich habe keine Ahnung, was es genau war und es hat eher für mich Frustrationen erzeugt, als dass ich es irgendwie als gewinnbringend empfunden habe. Haben ihr schon mal Erfahrungen mit bewussten OT-Geheimnissen, also nicht Dingen, die halt irgendwann aufgekommen sind, irgendwelchen Sachen im Hintergrund, die irgendwann offengelegt wurden, wenn es sich angeboten hat, sondern Sachen, die bewusst geheim gehalten wurden, auch so, dass man gemerkt hat, Geheimhaltung am Spieltisch existiert? Also ich spiele ja seit Jahren nur noch öffentlich, also fast nur noch öffentlich, man kann da fast alles nachsehen, was ich spiele, aber mir fällt gerade ein sehr negatives Beispiel ein, wo ich glaube ich auch Mitspielende vergrätzt habe, mit dem Geheimnis, was aber auch mit dem Plot zusammenhing, also wir haben eine Runde World of Darkness Hunter gespielt und in der Hunter-Truppe war quasi ein Doppelagent, ein Vampir. Und das wussten ich und der Spieler und es sollte darauf hinauslaufen, diese Runde, dass der am Ende alle verrät und alle umbringt. Und passt super gut zur World of Darkness mit Intrigen und allem möglichen drum und dran. Und es hat der Runde auch nicht gemangelt an Hinweisen darauf, dass da was faul im Start in New York ist, aber sie haben es halt irgendwie, weil sie halt gesagt haben, das ist halt unser Mitspieler, das kann nicht sein. Und als es dann am Ende rauskam, das war auch noch ein Problem, weil es halt sehr, sehr gerusht war, weil wir schnell fertig werden mussten mit der Session und so, dann fühlten die sich schon sehr überfahren und richtig auch persönlich angegangen und hintergangen. Und ja, das musste auch ändern, erstmal auch noch lange diskutiert werden, warum und wieso und dass es ja eigentlich ganz cool ist von der Story her, aber irgendwie fühlt sich komisch an und so. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel, wo man halt irgendwie schon darauf achten muss, irgendwie vorher, wie, also ist es das Geheimnis wert oder würde die Geschichte anders verlaufen, wenn alle davon wissen und alle vielleicht auch gezielt auf diesen tollen Moment darauf hinspielen. Und in meinem Fall ja dann auch die Zuschauer irgendwie dann irgendwie noch, wie können die denn den Hinweis nicht sehen und so und eigentlich wissen sie es oder so. Und ja, also das ist ja dann der andere Punkt, also wenn alle davon wissen, können auch alle auf das Geheimnis hinspielen und dann ist es halt die Erzählung an sich, die den Reveal bringt und nicht das, haha, ich bin aber. An der Stelle, also gerade dieser Überraschungsmoment in der Gruppe tatsächlich ein Mitspieler, den man in die Gruppe aufgeschlossen und aufgenommen hat, dann als Antagonisten sozusagen mit aufzudecken und ein PvP-Spieler am Ende, also Player versus Player, aufzudecken. Deswegen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das am Ende enttäuschend ist. Ich glaube, wenn ich jemals sowas machen würde, würde ich vielleicht nicht sofort im Spiel oder vielleicht würde ich sagen, so die Möglichkeit besteht. Es kann sein, dass einer unter euch vielleicht zu einem Gegenspieler wird, ja. Das kann sich vielleicht auch im Laufe der Geschichte ja auch verändern oder dass man es offen lässt, also dass derjenige vielleicht die Möglichkeit hat. Und dann ist man zumindest nicht so gezielt drauf zu spielen, die Person zu entdecken, denn wenn eins Menschen, die meisten Menschen ja gerne entdecken wollen, sind es Geheimnisse. Wenn sie wissen, dass es ein Geheimnis ist, dann wird zielstrebig darauf hingearbeitet und dann wird vermutlich unter jedem Stein gleich ein Verrat oder so vermutet. Das wäre vielleicht auch nicht so sinnvoll, aber man könnte zumindest vorab sagen, eure Charaktere wissen das nicht, aber in der Gruppe könnte ein Charakter hier zu einem Gegenspieler werden. Muss ja vielleicht noch nicht mal gesetzt sein. Und dann hätte man vielleicht diese Enttäuschung schon mal so ein bisschen, ja, abgemildert oder die Einstellung der Spieler auch einfach geändert von vornherein. Ich habe das parallel, also relativ parallel auch noch mit, wenn ich mir gerade Revue passieren lasse, ich habe es in der Phileasons-Saga auch gemacht. Da habe ich eine Spielerin Padona spielen lassen und die sich unter die Heldengruppe gemischt hat. Und da war das ähnlich, aber da war auch der Reveal, aber da war die Enttäuschung auf Spielerebene nicht so stark, weil man den Reveal mehr ausgekostet hat oder die Szene auch besser und länger und ausgestalteter war. Ja, also das kommt immer dann ganz stark darauf an, wie dann der Reveal dann wirklich stattfindet und wie man es vorbereitet hat. Ich finde, da stecken aber zwei ganz wichtige Dinge drin. Das erste ist für mich, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man in der Session Zero oder auch vor der ersten Runde, man muss ja nicht mal sagen, hey, ich als Spielleitung habe einen von euch quasi umgedreht und einer von euch arbeitet oder könnte irgendwann für mich arbeiten oder wird im Verlauf des Plottes umgedreht oder sowas. Sondern einfach, dass man vorher erklärt, hey, ist es okay, wenn Spielende gegeneinander aktiv arbeiten und inwieweit ist das okay? Also quasi so ein bisschen sich so ein bisschen politisch schaden, das ist okay, aber keine direkten Angriffe oder alles ist okay, außer die endgültige Vernichtung des anderen oder das Töten oder wie auch immer, je nach Spielwelt. Und also quasi auch dieses Klären, wie geht man mit Geheimnissen um, wollen wir OT-Geheimnisse in der Gruppe haben und alle respektieren das auch und versuchen eben nicht auf den Charakterbogen des anderen zu schälen, sondern wissen bewusst, hier gibt es Geheimnisse, das sollte ich respektieren. Das versuche ich auch, ich versuche nicht OT darüber zu stolpern, sondern das IT herauszufinden. Und, weil das, glaube ich, die Folge davon, weil das, was du eben meintest, Koali, mit diesem, die haben, das ist ein Mitspieler, deswegen blicken wir darüber hinweg, dass da Verdächtigungen im Raum stehen. Sondern also quasi das, das würde ich im Normalfall als gutes Metagaming bezeichnen, weil dem de facto beeinflusst halt dein OT-Wissen, dein IT-Verhalten, um für alle ein besseres Spiel zu ermöglichen. Und das ist ja an sich total gut und richtig. Das ist ein klassisches Prinzip davon, ist auch Never Split the Party. Das hat nichts mit der innerweltlichen Logik zu tun oder sowas. Das ist ein klassisches OT-Prinzip, was auch viel darauf beruht, dass eine, wenn man gemeinsam unterwegs ist, das meistens das bessere Spielerlebnis ist, weil alle aktiv beteiligt sind und nicht Leute lange passiv zuschauen müssen. Das geht natürlich nicht immer und es muss auch jede Gruppe selber entscheiden, wie stark es das durchzieht, aber so ein klassisches Verhalten, was Metagaming ist, in einem positiven Sinne, aber gerade bei so einem Geheimnis totale Probleme erzeugen kann, wenn zum Beispiel der Fax-Geweite sich gerne von der Gruppe trennen würde, um eben sein Ding zu machen, unerkannt. Und wo ich dann halt sage, hey, nee, nee, wir bleiben zusammen, auch wenn es vielleicht gerade, auch wenn es, also mein Charakter ist gar nicht so stimmig ist und es eigentlich gar nicht passt zur Situation, sondern einfach nur, um das OT zu halten. Und umgekehrt kann ich aber, wenn ich das vorher weiß, dass derjenige, also wenn ich OT weiß, dass es dieses Geheimnis gibt und das IT nicht aufgeklärt ist, kann ich halt OT auch sagen, kann ich dann halt auch im Sinne des guten Metagamings sagen, hey, er möchte sich jetzt lösen. So, mir ist OT total klar, was er machen möchte. Und dann entscheide ich mich, IT halt doch eher für das Trennen, anstatt dagegen zu arbeiten, um ihm diese Szene zu ermöglichen, um eben dieses Spiel mit diesem Geheimnis viel mehr zu ermöglichen. Und ich glaube auch, selbst wenn man weiß, dass einer in der Gruppe quasi gegen die anderen arbeitet, selbst wenn man relativ schnell auch gecheckt hat, wer das dann ist, kann man das trotzdem zu einer total tollen Szene machen. Besonders für Zuschauende, aber auch untereinander, wenn eben alle damit spielen und alle sich bewusst darauf einlassen. Weil ich glaube, dass man halt sehr aufpassen muss, dass eben nicht am Ende ein Unverständnis und Frustration entsteht durch IT-Verhalten, was man sich OT nicht erklären kann. Und selbst wenn es dann irgendwann aufgedeckt wird, ist diese Frustration einmal da und das kann sich ja wirklich festsetzen und dann richtig an einem nagen. Und einfach jedes Mal rechnet man quasi schon mit der nächsten Frustration und dann ist am Ende die Aufdeckung eher ein Aufstöhnen als ein toller Reveal-Moment. Das bringt mich zu einer nächsten Frage eigentlich. Wo ist denn die Grenze von Geheimnissen? Also du sagst jetzt ja auch gerade irgendwie, wenn man sich darauf geeinigt hat, irgendwie wir gucken nicht auf die, weil es gibt irgendwie jeder kann Geheimnisse haben, blablabla. Aber ich stelle mir da auch einen ganz starken Abnutzungsfaktor vor. Also wenn einer in der Gruppe irgendwie eine Hexe ist oder so oder eine und da irgendwie so ein Reveal hat, aber dann kommt dann zwei Sessions später kommt dann, aber ich bin eigentlich Geweihter des Namenlosen. Oder ich bin eigentlich aber ein Golgarit, der, keine Ahnung was oder so. Also das ist dann irgendwann, zaubert es einfach nur noch ein Lächeln aufs Gesicht oder so. Aber das spricht ja für mich auch dafür, dass man, es ist eigentlich gut, wenn man auch solche Sachen vorher schon mal klärt, zum Beispiel, dass man jetzt nicht vier Leute hat, die eine Geheimidentität führen, sondern sich in der Gruppe halt guckt, okay, wenn das schon jemand hat, dann will ich etwas anderes, was mein Charakter besonders machen kann. Und wenn ich unbedingt so einen Reveal-Moment haben möchte, dann ist es eben, da sag ich halt, das ist irgendwas im Hintergrund. Und dann taucht mein verschollener Bruder auf, der mich beschuldigt, meine Eltern getötet zu haben oder sowas. Er hat etwas ganz anderes, sodass alle Charaktere ihren Moment haben können zu glänzen und nicht die Spielleitung da irgendwie rumlavieren muss, ohne dass das eine aufzudecken, dem anderen mitzuteilen, dass das doch nicht so cool wäre, weil es das schon gibt. Und man könnte ja sonst auch gerade in der Vorbereitung in der Gruppe plötzlich feststellen, ja, da kriegt die Spielleitung vier Geheim-Effekt-Geweite eingereicht, die auf dem Papier Händler, Künstler, Dieb und der Vierte ist halt irgendwie so ein Tunichtgut oder ein Gaukler. Und dann denkt man sich, ja klar, auf dem Papier sind das alles Charakterkonzepte, die sind vollkommen okay, die sind auch miteinander kompatibel. Aber ich weiß, OT, das sind vier Geheim-Effekts-Geweite, die am besten noch dieselben Liturgien haben. Naja, aber ein Gaukler und ein Händler werden andere Liturgien hoffentlich haben. Ja, aber das ist ja schon eine hohe Überschneidung. Also das ist aber der Vorteil des Berufsaspektes, sage ich mal, in Aventurien oder DSA, dass du, also ich glaube, diese Gruppenkonstellation könnte ich mir sogar sehr witzig und interessant vorstellen, weil jeder mehr nach seinem Beruf spielen würde. Und wenn sie dann noch vier Fax-Geweite, unterschiedliche Liturgien hätten, die eben ihren Berufen entsprechend passen, wäre ja fast mehr dieser Beruf und das, was sie tun, ja ausschlaggebend für das Spiel und ihre Fähigkeiten, die sie einsetzen, als dieser geheime Fax. Und dann Reveal-Moment, wir sind alle Fax-Geweite, alle treffen sich dann ja irgendwie beim Fax-Dempel geheim. So, das stelle ich mir sogar sehr, sehr lustig vor, wenn ich das nur als Spielleitung weiß und die Spieler das gar nicht wissen in dem Moment. Ich glaube, das ist auch sehr Fax-gefällig, also dann den Reveal zu machen und dann, ach, ich auch, ach, ich auch. Ja, aber ich glaube, es kann halt auch genau umgekehrt laufen, dass eine Person total frustriert ist, weil sie hat diesen großen Reveal-Moment und dann plötzlich, ja, ist ja gar nichts Besonderes mehr. Also, ich glaube, also, das ist jetzt meine Erfahrung, es gibt sicherlich Leute, die andere Erfahrungen machen, für die das total gut funktioniert, aber ich habe irgendwie bisher die Erfahrung gemacht, dass meistens diese Geheimnisse mehr Stolpersteine legen und am Ende auch in der Vorstellung viel cooler und diese Momente, diese Reveal-Momente viel eindrucksvoller sind, als in der Praxis sind, weil meistens ja auch, also gerade solche einschneidenden Sachen wie, ich bin im Geheimen eine Hexe oder ein Hexer oder ich bin im Geheimen eine Fax-Geweite, das checken die Mitspieler denn irgendwann auf dem Weg oder haben zumindest den Verdacht, wenn bei den Fähigkeiten oder wenn die Person zum dritten Mal heimlich dann irgendwas gemacht hat und mit der Spielleitung aus dem Zimmer gegangen ist, um halt dann irgendwelche Informationen zu kommen oder man versteckt seine ganzen Fähigkeiten ewig lang und dann kommt irgendwann die Frage auf, ja, und was hast du in diesen acht Situationen, die wir dich gebraucht hätten, nicht genutzt, weil du dein Geheimnis bewahren wolltest. Ich glaube, da kann man ganz schnell so, also, also, ich glaube, sowas funktioniert für einen One-Shot, da kann ich mir das gut vorstellen, zu sagen vor dem One-Shot, hey, jeder von euch, Geheimnisse sind 100 Prozent okay, macht, was ihr wollt quasi, nur ich als Spieler, die möchte involviert sein für so zwei, drei Sessions, aber gerade wenn es eine längere Zusammenarbeit sein sollte, ist es, glaube ich, gut, wenn man auch vorher sich ein bisschen abgestimmt hat, weil ich glaube tatsächlich, dass die vier Fax-Geweiten auch ermüdend werden können relativ schnell, weil sie dann doch wieder zu ähnlich sind. Ich kann mir vorstellen, für so ein, eben für so ein Stadtabenteuer, was man für drei, vier Sessions ausgelegt hat, kann das total spannend sein, dann kann dieser Moment auch Spaß machen, zu sagen, hey, okay, wir sind alle Fax-Geweite, so gut, wie nutzen wir das jetzt? Vermutlich ist das auch mehr ein Roman-Moment, der entsprechend ausgeschrieben auf den Leser oder Zuschauer spannend sein kann, aber entsprechend dann wahrscheinlich, wenn man tatsächlich alle vier das gar nicht wissen, dann wird es schwierig, tatsächlich das umzusetzen. Also, der Fall ist natürlich auch sehr unwahrscheinlich, dass vier Leute exakt vier Fax-Geweite spielen, aber so vom Grundlegenden her. Also, ich will ja nochmal, in Aventurien gibt es ja bestimmte Sachen, die halt, die da halt eher auftauchen, also die dieses Problem schaffen. Also, Hexen und Fax-Geweite haben wir jetzt ja schon gebracht. Was gäbe es denn noch für Richtungen, für Charaktere, wo man so ein, also wo die Spielwelt so ein Geheimnis mitbringt, weil Hexen und Fax-Geweite haben das ja nicht einfach, weil das irgendwie ein Trade ist, sondern weil das ja in der Spielwelt irgendwie auch Sinn macht. Das ist ja noch so ein Aspekt, den man ja immer noch mitbedenken muss und der meiner Meinung nach auch möglich macht, dass man dieses Geheimnis halt auch in, also OT offenlegen kann, weil es halt ein spielweltinternes Geheimnis ist, womit alle IT umgehen können, obwohl sie es wissen. Also, ich glaube, was auch ganz oft so ein typischer Geheimnisfall ist, ist so persönliche Motivation. Wenn eben im Charakterhintergrund du einen riesen Racheplan hast, weil eben, keine Ahnung, du hast den Schurken oder die Schurkin, die deine Familie getötet hat oder die deine Familie in Ruinen getrieben hat oder sonst was. Und auch das ist so ein typisches, also es ist, glaube ich, ein Geheimnis, was es öfter gibt, so dieses, mein Charakter hat diese persönliche Agenda. Und an sich ist es total gut, wenn ein Charakter eine persönliche Agenda neben dem Plot mitbringt. Da muss man immer abwägen, dass das Ganze irgendwie funktioniert, dass du trotzdem mal die Abenteuer mitnimmst und nicht auf der halben Weg aufsteigst, weil es gerade für den Charakter mehr vom Fokus her passt. Aber wenn die Spielleitung diese Person einbringt, kann das eben auch dazu führen, dass plötzlich eine Gruppe, die eigentlich gut funktioniert, gesprengt wird, weil dieser krasse Rache-Moment nicht mit allen Charakteren kompatibel ist. Also, die meisten Geweihten dürften einer, einen Mord aus Rache, müssten die sich in den Weg stellen, endgültig. Weil das eben ganz klar in den Bereich der Erzdämonen fällt. Und das ist so eine klassische Motivik, die man ganz oft wiederfindet. Und auch da ist es, glaube ich, gut. Also, ich glaube, man muss es nicht mal von Anfang an auflegen. Ich finde es auch vollkommen okay, wenn man sagt, hey, wenn man das so ein bisschen mitnimmt und merkt, wenn es dann langsam spruchreif wird, wenn es mehr, wenn es relevant wird, dass man dann mit der Gruppe mal ein Gespräch so und sagt, hey, übrigens, so mein Charakter, das ist die Arc, die mir gerade vorschwebt. Das ist die Geheimagenda, die habe ich schon länger mitgelaufen. Die wird jetzt wirklich spielrelevant. Lass uns mal darüber reden, wie wir das für alle positiv lösen können, wenn das zum einen die Gruppe weiter funktioniert, dass ich meinen persönlichen, diesen Storystrang zu Ende bringen kann und zu einem guten Abschluss bringen kann. Und wie können wir da aufeinander Rücksicht nehmen und unser Spiel so anpassen, dass es am Ende aufgeht und es nicht daran knackt, dass alle Leute sagen, hey, mein Charakter würde aber. Und dann im Endeffekt, oder wollen wir das vielleicht auch? Ist es für uns okay, wenn die Gruppe dann daran ihr großes Finale findet, dass sie sich gegeneinander wendet, weil ich eben meine Rache vollenden möchte und die Mörderin meiner Eltern stellen möchte und sich die Rondra geweihte und der Krieger mir in den Weg stellen müssen, weil das nicht mit ihrem Kodex vereinbar ist. Und dass man quasi dann so einen großen, finalen Moment hat mit dieser, genau mit diesem emotionalen Moment, dieser tiefen Enttäuschung, dieses, eigentlich schätzt man sich, aber diesen Moment kann man nur gegeneinander stehen, spielen will. Aber ich glaube, es hat mehr, also in meinen Augen hat es mehr, wenn man darüber redet und das auch vorher. Ja, das sowieso. Weil das ist ein spezieller Moment und es ist auch spielenswürdig und ich finde das auch cool. Aber ich glaube, da müssen alle das wollen. Eben, und wenn man sagt, man möchte es nicht, dann ist es gut, wenn man vor darüber redet und nicht erst in dem Moment, weil dann kann man vielleicht vorher schon so ein paar Weichen stellen und die Spielleitung kann auch so ein bisschen mitarbeiten. Vielleicht kann man irgendwie die Mörderinnen ein bisschen nachvollziehbarer machen, sodass der persönliche Arc auch damit enden kann, dass man sie eben verschont. Oder man schafft gar nicht erst den Moment, dass das eine Entscheidung ist, sondern sie stirbt halt im Kampf, sodass man auch gar nicht in dieser, kann man nachher darüber diskutieren, aber es ist nicht dieser Moment, wo sich die Gruppe entscheiden muss, um Mord aus Rache, ja oder nein. Und dann kann man das Ganze so anpassen, dass es am Ende für alle aufgeht. Aber Juli, der Atta hat eben gesagt, lass die Finger von den persönlichen Geheimnissen der SpielerInnen, weil das ist ja ihr Geheimnis. Nun bist du als Spielleiterin ja immer involviert, wenn jemand ein Geheimnis hat. Machst du dann damit irgendwas? Also ich meine natürlich dann auch in, du spielst ja auf bestimmte Dinge drauf hin. Wir hatten ja eben schon so eine kleine Andeutung, dann taucht auf einmal so ein Bruder auf oder sowas. Oder irgendjemand erkennt dich, weil er dich im Tempel gesehen hat oder sowas. Also gibst du der Gruppe dann hintenrum dann auch irgendwie Hints? Oder wird das auch irgendwie abgesprochen? Oder wie taucht das Geheimnis dann in deiner Spielleiterposition auf? Oder ist das wirklich dann ein Ding, ja, Spieler, mach einfach mal. Weil ich glaube, das funktioniert dann eben auch nicht. Du musst ja auch irgendwie Dinge vorbereiten als Spielleitung, um diesen Reveal halt auch irgendwie stimmig zu machen. Aber wie kriegt man das denn hin? Genau, also ich glaube, das funktioniert auch tatsächlich nur in enger Absprache mit dem Spieler. Ich finde das auch, ich glaube, also es ging mir vorhin schon durch den Kopf, online zu unterscheiden zwischen Online- und Tischspiel, finde ich in dem Moment wichtig, weil es einfacher ist online. Man kann auch online eine Einzelsession spielen, das ganz anders einbauen, als wenn man plötzlich sagt, ja, ihr geht jetzt alle eine halbe Stunde raus, weil ich mache jetzt mit dem Spieler alleine was. Das hat, glaube ich, einen ganz anderen Effekt. Von daher, wenn ich jetzt aber von online ausgehe, kann das ja nur in enger Absprache mit dem Spieler passieren, indem man mit ihm schon mal ein bisschen vorab abspricht, ich baue das jetzt in der und der Reihenfolge auf und dann weiß der Spieler, dass er das auch entsprechend aufgreifen kann und dass man es abspricht. Wann dieser Moment, wie offensichtlich man ihn auch legt. Denn es kann ja nur für sowohl die Spielleitung als auch den Spieler, der diesen Reveal-Moment haben will, enttäuschend sein, wenn es entweder sofort rauskommt, weil da drei spitzfingende Mitspieler sitzen, und dann ist die Szene erledigt in dem Moment. Sie hat eine Katze, die ist eine Hexe. Ja, genau. Und umgekehrt, wenn das nie rauskommt und dann erst zum Schluss und dann irgendwie so, es ist nicht nur eine mega Enttäuschung, sondern vielleicht auch für die Gruppe eine viel zu heftige Überraschung, die sie überhaupt nie erwartet haben oder wo die Hinweise einfach komplett untergegangen sind. Ich würde dem Ganzen tatsächlich ein bisschen Zeit geben, indem man sagt, ja gut, die Hinweise reichen nicht, muss ich steigern. Aber dass man es dann auch in einem bestimmten Zeitrahmen dieses Geheimnis aufdeckt und das absteckt und das nicht ewig ziehen lässt, weil dann wird es irgendwann mal zählen wie so ein Kaugummi. Da kommt man auch nicht weiter. Ich glaube, es ist ganz cool, wenn man dann mit dem Geheimnisträger oder der Geheimnisträgerin OT-Absprachen trifft und dann sagt, okay, du hast ein Geheimnis, völlig gut, machen wir, kriegen wir hin. Aber sei dir bewusst, dass ein Geheimnis zu haben in der Spielwelt hat, auch Konsequenzen hat. Also, du wirst nicht einfach durchs Leben gehen können wie ein Händler, weil du bist eben kein Händler, sondern du bist ein Fax-Gereiter. Und das hat Konsequenzen. Du wirst dann in bestimmte moralische Situationen kommen, die ein Händler anders löst als ein Fax-Gewalter zum Beispiel. Oder solche Sachen, sodass man dann irgendwie Situationen schafft, wo das Geheimnis Bedeutung hat, ohne es sofort aufzudecken. Also, macht das Sinn? Ich glaube, es ist dann wieder sehr abhängig davon, was ist das Geheimnis? Also gerade dieses Geheimnis des Hexendaseins oder das ist der Fax-Waihe. Das ist ein Geheimnis. Das kann man als Spieler nochmal bewusst anspielen. Das muss man ein bisschen da dann kitzeln. Aber ich glaube, das ist ein Geheimnis, was tatsächlich auch einfach gut in der Hand der SpielerInnen bleiben kann, weil sie selbst damit umgehen muss. Weil es wird einfach Situationen geben, wo die hexischen oder eben die hexischen Fähigkeiten relevant werden. und er oder sie sich entscheiden muss, ob man die jetzt nutzen möchte oder ob man das nicht tut, um das Geheimnis quasi vor den anderen Charakteren zu bewahren. Ich glaube, was anderes ist, als wenn es eben so Geheimnisse aus dem Hintergrund des Charakters sind. Weil da muss man, glaube ich, auch als SpielerInnen klar mit der Spielerin kommunizieren, was möchte man. Und die Spielleitung muss auch klar kommunizieren, was ist möglich. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal jetzt zum Beispiel die 7 Gezeichneten angeht, muss man aufpassen, dass man keinen super ausführlichen, komplexen Privatplot nebenher zieht, weil die Kampagne eh schon gigantisch ist. Wenn man aber sagt, hey, wir haben so eine grobe Storyline, so das reicht, das könnte ich auch in drei Abenden mit euch durchspielen, aber ich ziehe das gerne mit euch länger und gebe jedem Charakter Raum, sich zu entfalten. Und das ist auch klar kommuniziert als Spielleitung. Hey, ich möchte eure Charaktere individuell anspielen und auch jedem so einen persönlichen Arc damit einflechten. Hat es einen ganz anderen Charakter. Ich glaube, da ist auch viel Kommunikation nötig. Wie viel Raum soll das einnehmen können, dürfen, sowohl aus Sicht der Spielenden, was wollen die für ihre Charaktere, als auch aus Sicht der Gruppe. Also wollen wir diese Kampagne durchziehen? Wollen wir zu einem Ende kommen oder wollen wir uns wirklich Zeit und Raum dafür nehmen, dass jeder Charakter da auch volle Entfaltungsrechte hat? Und beides ist eine absolut legitime Position, versetzt aber einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da einen gemeinsamen Entschluss findet. Und dann kann man auch davon abhängig machen, als SpielerInnen so, wie zentral soll dieses Geheimnis für meinen Charakter sein. Ich kann diesen Racheplot auch tatsächlich rein als Hintergrund für meinen Charakter haben. Und ich muss halt irgendwie mit der Spielleitung eine Lösung finden, warum ich diesem Plot folge, dieser Kampagne, diesem Abenteuer, was auch immer. Also was ist meine Motivation, das Abenteuer zu verfolgen und nicht mein Racheplot? Und ich kann das trotzdem als im Hintergrund meines Charakters behalten, für, als Eigenschaft meines Charakters, was mein Handeln indirekt schon immer beeinflusst und mich irgendwie prägt, dass ich halt allgemein Sympathien habe für Menschen, die Rache üben wollen und eventuell auch Leute, Rache ist ja ein ganz häufiges Motiv von Schurken in Abenteuern, dass ich da vielleicht mehr Verständnis für habe und auch die Gruppe zu Verständnis anhalte. Oder mich sogar mit denen solidarisiere und sage, hey, also ja, wir müssen die vielleicht jetzt aufhalten, aber die Person, die uns beauftragt hat, ist echt nicht ohne und die müssen die euch auch zu Fall bringen. Und sowas. Ich kann damit ja auch ganz anders arbeiten. Also ich glaube, da ist wichtig, dass man vorher klärt, okay, soll dieses Geheimnis aktiver Bestandteil sein oder ist es passiver Bestandteil? Und das ist auch ein offener Punkt, den man, glaube ich, dann offen besprechen muss zwischen Spielleitung und Spielendem, äh, Spielender und Spielendem, ähm, was da gewünscht ist, was die Vorstellungen sind. Aber auch, ähm, ging mir einfach jetzt gerade so durch den Kopf, der Zweck des Geheimnisses und der Enthüllung. Ähm, in vielen Fällen wird man ja sagen, gut, ich hab ein Geheimnis, ich möchte das irgendwann enthüllt haben und das soll ja einen gewissen Wow-Effekt haben. Jetzt stelle man sich vor, da spielt ein Faxgeweiter, spielt super sein Fax und dann wird aufgedeckt und in der Gruppe ist ein Faxgeweiter und alle sagen, ja, okay, cool, fertig, weiter geht's. Also, wenn das überhaupt kein Wow-Effekt entsteht, weil, sag ich mal, die Spieler IT oder OT sowieso, ja, ein Faxgeweiter ist was völlig Normales, ist okay, hab ich jeden Tag an der Straßenecke stehen, dann könnte das sehr enttäuschend sein für den Spieler in dem Moment, sodass man, ähm, es kann ja auch sein, dass der Spieler sagt, ja, für mich soll das eine Herausforderung werden und das muss der Meister dann in dem Moment wissen, eben dieses Geheimnis zu spielen, versuchen zu bewahren und wenn's dann rauskommt, dann kommt's raus, aber für mich ist es zum Beispiel als Spieler die Herausforderung, eben Faxgeweiter zu spielen, ohne dass es offensichtlich ein Faxgeweiter ist. ähm, also der Zweck des Ganzen, das muss man sich, glaube ich, richtig bewusst machen als Spieler, was bezwecke ich, sowohl mit dem Geheimnis als auch mit der möglichen Enthüllung, also ein Geheimnis, das ich nie enthüllen möchte, ist höchstens dann nur, wenn ich sage, das ist für mich eine Spielherausforderung, eine Art der, wie ich spiele, ob ich dann entsprechend gut genug spiele, sage ich mal, für mich persönlich. Aber ansonsten, ähm, die Enthüllung muss dann ja auch einen bestimmten Zweck für mich in dem Moment erfüllen. Ähm, nur um sich selbst willen, äh, wird das in den meisten Fällen ja recht enttäuschend sein. Ja, das sehe ich auch so, die Kommunikation ist da generell in diesem Hobby immer, immer wichtig. Ähm, von daher kann ich das unterstreichen, was Atta und was du sagst. Ähm, auch, es gibt ja auch so, so, so Twitter, ähm, Sachen, wo die Gruppe irgendwie weiß, dass da was ist, aber nicht genau weiß, was. Ne? Irgendwie, äh, zum Beispiel, also, man kann ja sagen, irgendwie, der Charakter hat ein, ein Problem, ein Geheimnis, so und so. Wird auch ziemlich schnell offensichtlich, dass da was ist und auch IT offensichtlich, aber keiner weiß, was genau das ist, außer dem Spielleiter. Und das kann dann irgendwie, auch wenn es vorher abgesprochen ist, dass es okay ist, dass es so ist, weil sonst wüssten das ja alle anderen nicht, ähm, das braucht auch immer wieder Feedback und immer wieder ist das jetzt für euch alle so okay, wie es jetzt gelaufen ist, weil, dass man sich dann ganz schnell in seinen eigenen, äh, Rollenspiel-Themen irgendwie verliert, wenn man so ein Ding anspielt und dann für einen selbst, dass so total klar ist, wie der Charakter agiert. Also ich habe ein gutes Beispiel, ähm, ähm, aus der G7-Kampagne beim Pölle. Äh, da habe ich ja kurzzeitig auch mitgespielt, meine Frau spielt da noch mit. Ähm, da gibt es einen Charakter, der eine, äh, ich weiß gar, also selbst ich als Zuschauer und als ehemaliger Mitspieler weiß nicht genau, was da, nicht ganz genau, was da ist. Ich schätze, da ist eine geistige Störung oder sowas, ja. Eine Schizophrenie, irgendwie eine Besessenheit, keine Ahnung, irgendwie sowas ist das. Und, äh, keiner weiß aber genau, was das ist, außer der Spielleiter und die Spielerin. Und die agiert jetzt mit dem Charakter meiner Frau einmal auf diese Weise und einmal auf eine andere Weise, weil Schizophrenie, blablab oder Besessenheit, keine Ahnung, ne. Und, ähm, das wirkt aber dann total zusammenhangslos und ist IT total richtig, aber OT wirkt es halt komisch. Und das braucht halt dann auch ein Feedback, dann haben die sich auch wieder zusammengesetzt und haben halt gesagt so, hör mal, das ist aber jetzt irgendwie, ich weiß, dass da mit deinem Charakter irgendwas komisch ist und was genau, du wirst ja nicht sagen, das will ja revealed werden, aber, äh, können wir das ein bisschen anders lösen, als das jetzt gerade ist, weil so ist es, ne. Also, diese Art Feedback ist halt, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit das dann nicht zu Frust führt, ne. Ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, was für SpielerInnen da einfach in der Gruppe sind und, also, es gibt halt Menschen, die finden das eigentlich total faszinierend, so dieses, also die quasi dann so komplett in diesem Moment leben und für die das dann auch vollkommen okay ist, die einfach das annehmen, wie es ist und das einfach quasi diese Szene dann spielen wollen, die sich gar nicht hinterfragen und ich glaube, es gibt auch, also, ich merke das selber, dass es mich zum Beispiel manchmal, ähm, frustriert, wenn Leute für mich vollkommen unnachvollziehbar handeln und das möglicherweise auch dann Nachteile und Probleme für meinen Charakter impliziert oder für die ganze Gruppe, die sich für mich nicht erschließen, also, wenn man es klar stark vereinfacht, so ein Fall von, warum sucht jetzt plötzlich einer, der aus der Gruppe plötzlich streit mit der Stadtwache? Das mag einen Hintergrund haben, das mag total gut begründet sein im Charakter, aber wenn ich das nicht weiß, ist das im ersten Moment für mich so ein Moment von, ja, okay, und jetzt hat mein Charakter Stress mit der Stadtwache und muss irgendwie zwischen seiner Loyalität und seinen Kameraden, die Metagaming-sichtig, ja, und auch wichtig ist, weil das meine Mitspielenden, ich möchte diese Gruppe ja erhalten und kann nicht einfach sagen, ja, nehmt den mit, sperrt den ein, ist mir scheißegal, dann sitzt er halt jetzt unten ein paar Tage im ... Muss er mal lernen, ne? Genau, eben kommt er jetzt an den Pranger und wir ziehen weiter morgen und dann kann er gucken, wo er bleibt. Ähm, und auf der anderen Seite halt möchte mein Charakterwelt überhaupt gar nicht, also ist vielleicht ein autoritätsgläubiger Mensch oder hat ein sehr positives Bild von Stadtwachen, weil er möglicherweise auf dem Stand ist oder sowas und möchte sich überhaupt nicht mit denen anlegen und will das gar nicht und dann komme ich in so eine Zwangslage, die auch total spannend sein kann, aber in dem Moment kann es einfach nur frustrierend sein, weil ich gar nicht die Szene wollte, weil das für mich keinen Mehrwert hat und ich nicht verstehe, wie das Ganze entstanden ist und ich glaube, da ist es halt immer wichtig dann auch durch zu kommunizieren und sich halt auch vorher in der Gruppe abzustimmen, hey, ähm, also quasi, wie wichtig ist uns das, dass wir darüber vorher sprechen? Also wie wichtig ist es uns, das zu wissen, damit wir wissen, worauf wir uns einstellen können? Wie wichtig ist unsere Verlässlichkeit innerhalb der Gruppe und wie viel, ich meine in Anführungsstrichen, ist ja kein wirkliches Chaos, aber wie viel von außen betrachtet Chaos darf es geben durch eben Hintergründe und durch Geheimnisse und Sachen, die wir nicht offenlegen, wie gewünscht ist das bei uns? Und ich glaube, beide Positionen sind absolut vertretbar, aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Gruppe dann Konsens findet. Und vor allem ein Stichwort Mehrwert. Also ich glaube, selbst wenn dann Geheimnisse für die Gruppe einen Mehrwert bieten oder für deinen Charakter, der vielleicht in dem Moment frustriert ist, aber dieser Streit mit der Stadtwache bietet irgendwie einen Mehrwert und löst sich vielleicht in irgendeinem Strang auf, finde ich es okay. Also ein gewisser kurzer Frust, finde ich, ist durchaus zumutbar, solange er nicht dauerhaft anhält oder sich immer ständig wiederholt. Wenn sich das auflöst, wie gesagt, in einem Mehrwert, dann finde ich das aber in dem Moment angebracht. Wobei man dann natürlich auch wieder mit der Gruppe persönlich schauen muss. Der eine verträgt mehr, der andere weniger. Deswegen ja die Kommunikation. Genau. Ja, redet miteinander, Leute. Ich glaube, das ist ja unser Dauerfazit. Aber es ist ja auch mal wichtig zu wissen, worüber man alles reden kann und sollte. Ich glaube, was auch so ein Beispiel ist, ist zum Beispiel eine geheime Loyalität oder Verpflichtung irgendjemandem gegenüber. Es kann halt eine geheime Lehrmeisterin oder Lehrmeister sein. Es kann jemand sein, der irgendwas in der Hand hat gegen einen. Und die Spielleitung, also da ist zum Beispiel die Spielleitung wichtig, dass die mit der Gruppe vorher spricht, quasi was, was ist, weil die Spielleitung kann das ja theoretisch auch nutzen, um einen Mitglied der Gruppe zu nutzen, die anderen zu vergiften oder in eine Falle zu locken oder der Leading. Und das kann total spannend sein und ein total spannendes Element und total den emotionalen Reveal-Moment, wenn klar wird, hey, die Person hat meine kleine Schwester entführt und hat die in der Hand, deswegen musste ich das tun. Und eigentlich, also ich kann mit der Schuld fast nicht leben, aber das Leben meiner Schwester ist wichtiger. Oder es kann halt zu einer Szene führen, wo die Gruppe am Ende auch OT streitet, weil Leute das einfach total blöd finden und das nicht möchten, weil sie ja quasi auf dieser OT-Ebene miteinander, also quasi, dass sie quasi, also OT wissen, wir sind eine Gruppe und deswegen IT immer sich positiv für die Mitglieder der Gruppe entscheidet, dann immer vertrauenswürdig, auch selbst wenn sie sagen würden, eigentlich könnte ich hier auch misstrauisch werden, aber ich möchte gar nicht die Gruppe sprengen, sondern möchte ein positives Verhältnis in der Gruppe bewahren. Ich frage mich jetzt auch gerade, ob das für uns Spielleiter mit diesen Geheimnissen eigentlich auch gilt. Also inwieweit wir Spielweltgeheimnisse, die abenteuerrelevant sind, die mit Figuren zusammenhängen, die in die Gruppe integriert werden, NPCs halt, könnte man damit ebenfalls total offen umgehen und könnte irgendwie sagen so, ich sag euch jetzt das Geheimnis und wir spielen darauf hin oder meint ihr, das ist dann irgendwie ein Vorwegnahme des Plots? Ich glaube, das ist eine starke Abwägungssache. Also ich glaube, das ist schon ein großer qualitativer Unterschied, weil das eine ist das Geheimnis, was quasi der Sinn des Ganzen, also wir spielen diesen Plot, um dieses Geheimnis zu ergründen und wir spielen aber nicht zusammen, um das Geheimnis eines SCs zu ergründen in der Regel. Ja, stimmt, das ist ein Unterschied. Das macht schon einen Unterschied, also muss man mal abwägen, wie wichtig ist das, was aber durchaus sein kann, was ein wichtiges Gespräch sein könnte. So rückblickend, ich habe mal mit meinem Bruder, meiner Frau und meiner Schwäge dann zusammen eine Runde gehabt und die Idee, auf der das ganze Szenario, der ganze Plot beruht hat, war, ich möchte einen NSC schreiben, den die Gruppe lieb gewinnt und der sie dann am Ende verrät. Das war das ganze Element und das ist ja genau das Thema, was wir gerade hatten. Und was natürlich da immer gilt, ich, man, also als Spieler, als SpielerInnen habe ich selten den Aspekt, dass ich versuche, NSCs mehr Vertrauen gegenzubringen, als ich eigentlich würde, weil ich das, also dann würde ich den, also dann würde ich eher, glaube ich, mit der SL wirklich reden, hey, ich misstraue diesem Charakter total, ist es wichtig, dass wir diesem Charakter vertrauen, damit der Plot nicht gesprengt wird, aber dann erwarte ich auch, dass die SL mir einen Wink gibt im Zweifelsfall. Aber bei einem NSC traue ich mich auch einfach, misstrauisch zu sein. Bei einem SC versuche ich, das zu vermeiden, weil ich möchte ja mit denen spielen und sonst wird es oft sehr schwer, einen Grund zu finden, um die Gruppe zusammenbleibt. Deswegen finde ich es bei NSCs weit weniger schlimm, weil da ist quasi, das ist impliziert. NSCs haben Geheimnisse, NSCs können sich auch gegen dich verschwören, aber auch da ist es vielleicht sinnvoll, mal vorher vom Anfang der Kampagne darüber zu reden, hey, wie nah darf Verrat kommen? dass, keine Ahnung, dass euch irgendjemand, den ihr auf der Straße anquatscht, vielleicht danach verrät, ja, okay, that's it, aber ob das jetzt halt jemand ist, der die Gruppe lieb gewonnen hat, ein NSC möglicherweise aus dem Hintergrund eines Charakters, darf ich zum Beispiel deinen Bruder nehmen oder deine Schwester des SCs und zum Verräter oder zur Verräterin machen mit guten Gründen oder auch einfach nur aus, ich dichte dem an, dass sie immer schon neidisch war und das nie gezeigt hat oder eher. Wie gehe ich damit um? Also wie gehen wir in der Gruppe damit um? Und ich muss mal ganz kurz, sorry, mal ganz kurz, ich glaube, einer suchen, du musst ganz dringend raus. Vielleicht, Juli, philosophieren wir nochmal über ein paar Charakterklassen, die so typische Geheimnisse mit sich rumtragen, also Pfecksgewalter, Hexe liegen auf der Hand so, das ging mir schon die ganze Zeit durch den Kopf so, Hintergrundgeheimnisse gibt es überall, die kann jeder haben, die kann jeder Charakter haben, Hintergrundvergangenheit, Rache, das ist Vergangenheit, also alles aus der Vergangenheit kann man ja zu einem Geheimnis machen, da gibt es ja die dollsten Sachen, die das Leben eben so bietet. Was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, ob es so typische Charaktertypen, die ein Geheimnis schon sowieso per se mit sich bringen, wie eben der Fecksgefalte, wie die Hexe, wobei eine Hexe eben je nach Region auch durchaus das als Geheimnis spannend gestalten kann oder eben flixt langweilig ist, weil eine Hexe einfach eine Hexe ist und etwas Alltägliches in Aventurien. Kannst ja auch. Mir fällt das jetzt ein, wenn man in, keine Ahnung, in den Schwarzen Landen einen Zwölfgöttergläubigen spielt. Da ist es natürlich dann, ich glaube, das ist dann auch regionsabhängig, gerade wo man sich bewegt. Also ein Fecksgewalt hat in einem Abenteuer, das es im Fecks-Dempel spielt, dürfte ja auch nicht so geheimnisvoll sein, je nachdem, was da gerade passieren muss. Aber charakterbedingt, was für ganze Aventurien gilt, fällt mir tatsächlich bis auf die zwei Grad nicht so vieles ein, wenn man nicht über den Hintergrund geht. Wenn man es dann aber spezifiziert über die Regionen, könnte man durchaus schon Magieanwender in Havena. Genau, Magieanwender in Havena gibt es ganz viele. Oder in Torwahl. Glaubensfragen kommen sowieso gerne durch die Regionsunterschiede zustande. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da entsprechend ein Geweihter, der sage ich mal jetzt in der neuen Wüstenregion auftaucht, sich vielleicht zu Recht eben nicht als Geweihter ausgibt, sondern mit einer Geheimidentität da auftaucht, aus welchen Gründen auch immer. Also durchaus, also Geweihte haben durchaus Potenzial. Was ich letztens noch gelesen hatte, ein Nekromant aus Brabac, der nach oben in den Norden reist, ins Mittelreich und dort als Brony auftritt. Was auch eine klassische Profession ist, die ihre Profession geheime sind, die Kabalia aus Aranien, also die geheimen magischen Gruppen, die sich eben eigentlich selbst in Aranien nicht offen zeigen dürfen. Die werden mir jetzt noch einfallen, aber ich glaube, man kann fast nicht auf die Diebesgilde in Aranien, jetzt komme ich nicht auf die Bezeichnung von denen. Die Malabasari sind aber sehr offen damit. Also die Malabasari sind ja eher Händler als Diebe in sich, wenn du die meinst. Nee, ich meine noch eine Diebesgilde in Aranien, ich komme jetzt noch nicht drauf. Aber ganz klassisch kann man auch nicht jede Konfliktregion nehmen, also ein Andergaster oder Andergasterin in Nostria und umgekehrt dürften, müssen halt ein bisschen gucken, wem offenbaren sie ihre Herkunft, auch andere, also typische Konfliktregionen, ein Alantana im Mittelreich und umgekehrt oder auch gerade ein Boroni aus Alantana oder aus dem nördlichen, also ein Puniner Zirkel. Irgendwie je in der Region des jeweils anderen müssen sich immer überlegen, was können sie offen zeigen und was nicht. Wir waren ja auch vorhin, stiegen wir ein mit dem Zwölfgittergläubigen in den Schwarzen Landen. Aber ich glaube, auch da ist zum Beispiel der Punkt, man kann das auch als Reveal und als OTA geheimnis Handhaben, aber ich sehe da immer das Risiko, dass plötzlich dann Charaktere von der Frage gestellt werden, die eventuell die Charaktere nun zum Gruppensprengen beantwortbar ist. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich spiele den Alantana Boron und das offenbart sich dann irgendwann in der Gruppe und da hast du einen Charakter, der halt sagt, ja gut, also in meinem Hintergrund, meine Familie ist mit Alantana, das war immer schon feindlich und natürlich lief ich dich jetzt aus oder melde dich zumindest ja keine Auslieferung direkt, aber man kann es ja auch quasi höher, also gefährlicher machen. Da ist es gut, wenn man vorher abstimmt, die anderen das wissen und sagen können, okay, ich schreibe meinen Charakter auch so, dass er damit leben kann, dass das eben diese Geheimidentität ist und dass die Gruppe das dann schützt und dass es ein Gruppengeheimnis wird statt einem Spieler, also ein Charaktergeheimnis nach außen. Und dann hat es wieder einen sehr hohen Reiz, weil das so durch zu Konflikten führen kann. Aber man kann es ja auch nicht unbedingt, also mir geht gerade so durch den Kopf, es gibt ja auch Konstellationen, wo sage ich mal zum Beispiel ein Geweihter bei den Novadi sich eben nicht als Geweihter ausgibt und durch Erlebnisse und das, was er erlebt, zwar am Ende vielleicht ein Reveal hat, dass er ein Geweihter ist, aber in dem Moment war, weil sein Charakter plötzlich sich, was ist, wenn er den Eingötterglauben plötzlich annimmt und das alles, was er vorher hatte in Frage stellt, das könnte ja auch interessant werden, wenn man eine gewisse Charakterentwicklung hat. Kommt doch mal ein bisschen drauf an, wie man seine Geweihten darstellt. Also in meiner Vorstellung sind Geweihte halt so eng mit ihrer Gottheit verknüpft und verbunden, dass man da nicht einfach in eine andere Region reinmarschiert, ein Wunder von einem Gott mitbekommt und dann abfällt vom Glauben. Also das wäre mir ein bisschen zu plumm. Aber wenn man eine coole Story drum baut, dann ist das durchaus durchaus nur was wert, aber dann muss die Gruppe halt auch diese Story auch mitspielen wollen. Dann wären wir wieder dabei, dass die Story eigentlich die Geschichte dieses eigenen Charakters ist. Ja, ich glaube, das ist immer so ein Thema, wo man auch, wenn man seinen Charakter schreibt, immer aufpassen muss, dass das Geheimnis eben nicht überstrahlt. Das, was ich vorhin schon ein bisschen angeschnitten habe, gerade wenn es ein Geheimnis ist, was auch eine hohe intrinsische Motivation mit sich bringt, dass die nicht zu groß wird, als dass man nicht mehr den Plot, als die Spielleitung sich ausdenkt, mitspielen kann. Weil das immer so ein ... Also ich habe das Gefühl, es ist inzwischen kaum noch vorhanden, aber es gab eine Phase, habe ich das Gefühl, so eine Grundthese, dieses, ja, die Spielleitung muss dann eben den Plot so schreiben, dass mein Charakter motiviert ist. Und das ist glaube ich eine ganz gefährliche Einstellung, weil es für eine Spielleitung unfassbar schwierig ist. Also ich finde es schon schwierig genug, Charaktere, die die Grundmotivation mitbringen würden, zu sagen, warum sind sie dort, also quasi sie an den Ort zu bringen sinnvoll und das gleichzeitig nicht zu einer größeren Motivation werden zu lassen, als das Handeln, also als den Plot, den ich vorsehe. Also als den Plot, den ich mit der Gruppe spielen möchte, gerade wenn es Kaufabenteuer sind, muss man echt aufpassen, dass die Gruppe dann nicht sagt, hey, warum soll ich jetzt eigentlich dem Kaufabenteuer folgen, wenn mein Charakter eigentlich das und das noch zu Ende bringen müsste und nur auf dem Weg zwischengehalten hat. Und das bei Geheimnis ist glaube ich auch eine ganz große Gefahr. Die einzige sinnvolle Situation, wo ich mir sowas vorstelle, wo ein Solo, langes Abenteuer gespielt wird und Gastspieler als NSCs sozusagen dazukommen. Das ist so das Einzige, wo ich mir dann vorstellen kann, ja, da geht es um den Charakter, da stelle ich mich als Spielleitung nur auf diesen einen Charakter um. Seine Geschichte, sein Plot, seine Highlights werden gespielt und ich stelle mich ja nur auf diese eine Sache ein und dann kommen halt ein paar Gastmitspieler dazu, soll es ja auch geben, die dann einfach nur ein bisschen mitspielen wollen und dann wieder raus sind. Dann funktioniert das, aber in einer Gruppe als Spielleitung vier Spieler versuchen, motiviert zu bleiben, anzuhalten, an ihrer eigenen Story nur dran. Damit wird auch eigentlich die Geschichte, die ich als Spielleitung vielleicht als Plot hatte, auch gesprengt. Also das würde dann auch, glaube ich, Frustration und Enttäuschung beim Spielleiter ja entstehen lassen, wenn der nur an vier Plots von Charakteren dran bleibt und ja, die eigene Story komplett untergeht. Die Spielleitung spielt auch mit, ne? Genau. Die darf man nämlich nicht vergessen. Genau. Und wenn, dann sollte man von Anfang an auch klar, kann man ja ganz klar das Setting schreiben, sondern sagen als Spielleitung, hey, ich seh mich, also ich mach's wirklich so Sandbox und ihr liefert mir, eure Charaktere liefert mir gerne Ideen, liefern mir gerne Plots und ich versuch die dann irgendwie so zu verweben, dass alle Charaktere in Interaktion diesen Plots folgen können. Aber ich spiel primär, ich spiel mit ne Sandbox und ich pack vielleicht so ein, zwei Blachen zusammen, dass die Gruppe zusammenbleibt und runter zusammen zu arbeiten und so weiter. Aber im Kern geht es um eure Charaktere und ihre Geschichte, dann kann man es ganz anders aufbauen. Aber wenn man, sagen wir mal, ein klassisches Kaufabenteuer spielt und damit auch ne, also fertig werden möchte in irgendeiner Form, ist es ganz oft auch wichtig zu sagen, hey, hier stelle ich meinen Charakter und meinen persönlichen Motivationscharakters zurück, damit die Gruppe als Gruppe Spaß haben kann. Ja, gut, so, ähm, ich hab noch zwei kleine Sachen, weil wir sind schon ziemlich weit vorgeschritten. Ich würde noch so ergänzen, es gibt ja auch so kleine Geheimnisse, die, die eigentlich keinem großartig wehtun, ne, so Nachteile wie gesucht, ne, wenn man die mal ein bisschen geheim hält und dann irgendwie so ein Mini-Reveal hat, weil man von der Wache weglaufen muss. Also, das sind ja jetzt irgendwie keine groß getragenen, äh, Reveals, sondern das sind halt irgendwie so, ja, weltimmanente, irgendwie kleine Sachen, ne. Selbst da sollte man zumindest aufpassen, weil wenn du plötzlich einen Praioten in der Gruppe hast, kommst du wieder ein ganz, kannst plötzlich ein ganz großes Thema werden. Ja, gut, aber das, das muss man vorher natürlich auch wissen, ne, also wenn du einen Praioten in der Gruppe hast, muss man auf sowas halt immer achten, ne. Oder jemand, der, ähm, um Kleptomanie, die versucht geheim zu halten, keiner das weiß und der sich dann eben in bestimmten Situationen, wenn da die Willenskraftprobe besteht, ist alles gut, aber wenn nicht, ne, was macht man, wie macht man's? Mittelreich zu einer bestimmten Zeit spielt, dann irgendwie Ansvinist zu sein und, ne, oder solche Sachen irgendwie, das ist. Süchte nach illegalen Substanzen. Süchte, genau, Süchte, ja. Ein Pakt vielleicht auch, muss ja kein Dämonenpakt gleich sein, kann ja auch ein Feenpakt sein oder sowas. oder ein Minderpakt zumindest nur, kann man ja reinrutschen quasi. Wobei das alles tatsächlich so Nachteile und Geschichten sind, wo die klein sein können, aber die, wo man auch aufpassen muss, wie viel Handlungsspielraum hat noch mein Charakter dann in einigen Zügen, wo ich eventuell in Zwangshandlungen komme, die ich gar nicht beabsichtigt habe mit meinem Charakter. Was ich ja auch immer ganz cool fände, wäre, wenn Leute mit den, diesen Geheimniserwartungen spielen, also gerade, wenn man jetzt so online spielt, irgendwie so, keine Ahnung, spielt doch einfach mal eine Bäuerin in Aventurien, die mit einer Katze rumläuft und ein bisschen emotional aufbrausend ist. die aber keine Hexe ist. Die aber einfach eine Katze dabei hat und mit der ständig redet. Ja, mach das mal. Das kann eine lustige Sehnen sagen, glaube ich. Oder mach ein anderes Geheimnis draus. Dann ist es der Dieb, der offensichtlich noch mehr ist als nur Dieb oder Diebin und dann sich herausstellt, dass es gar nicht eine Factsweihe ist, sondern entweder eine ganz andere Geweidenschaft aus irgendeinem guten Grund oder eben ein Geheimnis. Geweiter. Ja, das ist tatsächlich, dann ist es halt, keine Ahnung, eigentlich ein Adelssprost oder Sprössling und die Familie hat Probleme bekommen und deswegen ist das quasi so untergetaucht oder sowas. Also quasi Geheimnis zu nehmen und mit der Erwartungshaltung zu spielen, ja okay, dann ist das wieder mal der geheime Facts geweiht und dabei ist es was vollkommen anderes. Oder der typische Krimi-Detektiv-Plot, es ist so offensichtlich, dass es der Gärtner war, dass es gar nicht der Gärtner sein kann und am Ende war es dann doch der Gärtner. Da kommen wir jetzt in diese typische Inception, okay, wir nehmen das offensichtliche Geheimnis, weil alle denken, es kann nicht das offensichtliche Geheimnis sein, also es ist wieder nicht mehr offensichtlich. Und dann als Abschluss kann man ja dann noch bringen, wir haben jetzt die ganze Zeit von diesem Big Reveal gesprochen und irgendwie haben wir alle, also zumindest ich habe sofort immer diese Szenen vor Augen, dieses Tada, ich bin aber, Moment, also mehr oder weniger, was ich halt irgendwie viel interessanter finde an diesen Geheimnissen, wenn ihr sie dann in eurer Gruppe habt und zulasst und damit spielen wollt, sind doch so die Reveals, die dann herauskommen, weil die Charaktere sich IT den anderen aus Zuneigung, aus Freundschaft oder aus Pflichtbewusstsein dann offenbaren, dann halt sagen, hey, ich habe da ein Problem, ich werde hier, ich kann mit meinen magischen Kräften jetzt hier nicht so aushalten, weil ich bin Hexe, oder sowas, also solche, solche zugewandten Reveals finde ich dann irgendwie immer auch irgendwie, ich finde, das sind so die emotionalsten, schönsten Momente, wenn man da, wenn man da eine gute Szenerie hinbekommt, die das möglich macht. Und in diese Richtung abzuzielen, nimmt dann auch vielleicht auch ein gewissen, gerade wenn es ein UT-Geheimnis war, vielleicht so ein bisschen dieses, der Gruppe so, was, weg, weil es eben eine Verbundenheit darstellt, eine, eine absolute Vertrauensbasis Weil es dann um die Gruppe geht und nicht um die Person selbst. Genau, genau. Einfach eine Vertrauensbasis, Gruppenzusammenheit nochmal bestärkt. Ich glaube, das alles zusammenfassend, ich glaube, die wichtigste These für mich ist, jedes Geheimnis sollte am Ende der Gruppe und nicht dem Charakter dienen. Es sollte für alle Mitspielenden einen Mehrwert haben und nicht nur für einen selbst und vor allem sollte es keine Mitglieder der Gruppe auf einer OT-Ebene schaden, also Frustrationen auslösen oder Enttäuschung oder in unangenehme Situationen bringen oder sowas. Excellin ist gewollt, aber ja. Ja, aber ja, das sehe ich, aber das ist ja, so eine gewollt unangenehme Situation ist ja irgendwie nicht unangenehm. Das ist ja quasi, das ist wie so ein wohliger Schauer. Also das sind ja irgendwie dann, aber ja. Ja gut, es sei denn, ich las nämlich auf ein Pen-Paper-Spiel mit einer Gruppe ein, die ich sowieso schon immer verlassen wollte, aber ich wusste wie. Wir empfehlen nicht, toxische Gruppen bewusst aufzusuchen und mit ihnen zu spielen und die dann mit einem Reveal zu sprengen. Nein, das ist halt im Gottes Willen. Das ist nicht Nia-approved. In dem Fall einfach, also in seiner Freizeit darf man sich absolut mit guter Aussage und einem guten Gewissen meiner Meinung nach die Mitmenschen aussuchen, mit denen ich meine freie Zeit verbringe. Und wenn ich jemanden nicht mag, dann kann ich ihm das auch, ich muss ihm das ja nicht beleidigen, gar an die Nase binden, aber ich kann mich auch einfach im Guten von der Person trennen und nicht mit ihr spielen. Ja. Ja, cool. Da haben wir jetzt echt ganz viel über diese OT-Geheimnisse gesprochen. Ihr da draußen, was habt ihr denn schon gehabt an OT-Geheimnissen? Oder sagt ihr, das ist überhaupt nicht mein Ding, ich habe da ganz andere Spielerfahrungen, wir lösen das so und so. Lasst uns doch mal wissen, wie ihr mit solchen Sachen umgeht, was ihr schon erlebt habt, wie man das hätte besser oder schlechter machen können. Ich freue mich immer, wenn man so ein bisschen aus eurem Spieltisch-Erfahrungen ein bisschen auch für uns ein bisschen Mehrwertziele herausziehen kann. Also teilt das doch mal bitte mit uns. Verratet uns eure Geheimnisse. Genau, verratet uns eure Geheimnisse. Ich fände es vor allem spannend, wenn es bei euch richtig gut aufgegangen ist, dass Leute das OT voneinander geheim gehalten, dass quasi diese Geheimhaltung am Spieltisch stattgefunden hat und es am Ende tatsächlich für alle total gewinnbringend war, weil meine Erfahrung ist eher gegenteilig, aber ich bin gespannt auf Gegenbeispielen und auf andere Erfahrungen. Ja, also haut in die Tasten und nutzt die Wege, die euch zur Verfügung stehen, um mit uns zu kommunizieren. Und falls ihr sagt, ich möchte da mit euch mal drüber quatschen über meine Runde, irgendwie über die Erfahrung, die ich mit der und der Kampagne gemacht habe oder so oder mit dem Abenteuer oder irgendein anderes Thema, dann meldet euch ruhig, denn wir sind hier mal offen für GästInnen und nutzt die Wege, die euch zur Verfügung stehen, um uns zu kontaktieren. Wir sind da offen für alles. Und abonniert natürlich gerne diesen Podcast, entweder Kwanis Kanal auf YouTube oder eben auf dem Podcatcher eurer Wahl. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, natürlich nur. Genau. Und wenn ihr sagt, das sind scheiße, dann ist das okay. Genau. Hört es euch trotzdem an. Ja, aber so schlecht kann es gar nicht sein, wenn man bis zu diesem Punkt gehört hat. Ansonsten hat man hoffentlich vorher abgeschaltet. Oder man hat so ein Cringe-Feeling. Was sagen sie als nächstes für komische Sachen? Man hört sich etwas, was man ganz grausam findet, bis zum Ende an, um dann irgendeinen Cringe-Kommentar wahrscheinlich abzugeben. Nein, lass das. Ja, nein. Nein, nein, die haben das Handy verloren. Das lief halt gerade, der Podcast-League ging los und haben das Handy runtergefallen in der Ritze und das kriegen sie nicht mehr raus. Das ließ sich nicht mehr ausschalten. Mussten es bis zum Ende hören. Der kennt es nicht. Ach ja, bevor wir uns jetzt weiter in lustigen Anekdoten verlieren, würde ich sagen, macht's gut und viel Spaß an euren Runden. Tschüss. 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 Tschüss.